Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Techpool. Heute mal wieder mit einem Unboxing. Eigentlich sollte ein anderes Video kommen heute, das habe ich aber aus zeitlichen Gründen nicht fertig bekommen und da muss ich mir mit einer kleinen Notlösung aushelfen. Gut, dass die Freunde von ESA hier mal wieder ein paar Ladegeräte zugeschickt haben. Das ist ja hier schon öfter vorgekommen auf dem Kanal und auch generell Ladegeräte passieren hier relativ viel. Ich bin ja weiterhin großer MagSafe bzw. magnetischer Induktionsladenfreund. MagSafe ist da so meine Hauptpassion, wenn ich das mal so sagen darf. Und es gibt zwei neue Charger. Ich weiß gar nicht, ob der so ganz so neu ist, aber der ist auf jeden Fall glaube ich ein bisschen neuer. Ein Travel Charger und ein normaler Wireless Charging Stand. Travel Charger haben wir ja neulich noch den von Sense hier ausgepackt. Immer noch ein sehr gutes Ding. Echtes MagSafe und so weiter, also echt cool. Jetzt haben wir die beiden Dinger. Ich überlege gerade, wir fangen wahrscheinlich mal mit dem normalen Charger an. Und dann schauen wir mal was hier so drin ist. Wie immer diese gute Werbung. Hier wieder auch Werbung für weitere ESA Produkte. Und dann auch hier ein kleines Setup Video. Ich glaube Setup Video können wir uns bei dem Charger sparen, obwohl auch da hat die Vergangenheit schon gezeigt, dass man ab und zu mal reingucken sollte. War glaube ich auch der letzte ESA Charger, den wir hier ausgepackt haben. Wir packen einfach erstmal ganz kurz alles aus, um ein bisschen Platz auf dem Tisch zu haben. Und dann haben wir hier, aber das ist wieder ganz nett verpackt und mit diesen schönen Farben. Hier ist so ein Pfeil, das verstehe ich. Also hier ist der Pfeil. Wahrscheinlich war das eher zum rausnehmen, weil hier ist es zum Öffnen. Hier ist es zum Öffnen. So. Schauen wir mal was wir haben. Wir haben einen, na was ist das? 20 Watt Charger mit USB-C. Gut, kann man immer gebrauchen. Sehr leicht. Also, aber gut. Und ein USB-C Kabel, auch in weiß, passend zum ganzen anderen. Das hier gucken wir gleich, weil das hier ist der Stand. Da ist jetzt hier nichts mit dieser Cryo-Technologie, was es da in Vergangenheit auch mal gab, mit diesem Lüfter und so. Das ist hier, soweit ich das jetzt bisher beurteilen kann, ein ganz normaler Charger, wenn man so möchte. Und please use with a caseless iPhone with MagSafe or a Halo-Log-Case or an official MagSafe-Case. Also, ja, nochmal die Info, dass man das bitte nur mit einem magnetischen Case oder halt eben ohne Case, wenn es nicht magnetisch ist, benutzen soll. Für die Folie machen wir ab. Wir sehen hier diesen, schaut ganz schick aus eigentlich, muss ich sagen. Das ist alles Kunststoff irgendwie. Das hier fühlt sich schwerer an. Könnte wirklich Alu sein, aber wahrscheinlich ist es auch eher Kunststoff irgendwie so gemacht. Genau. Dann haben wir eine relativ große Standfläche. Hier ist auch ein Charger drin. Gucken wir gleich mal. Den kann man nicht bewegen oder so. Das ist hier fest. Schade. Finde ich immer gut, wenn man noch ein bisschen Spiel hat. Und hier haben wir einen USB-C-Port und hier haben wir auch einen USB-C-Port. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum sind hier zwei? Das hat folgenden Hintergrund. Denn dieses Ding hier, ihr seht, das wird auch theoretisch wie ein eigenes Gerät verkauft. Deswegen ist es hier so selber eingepackt. Und wir schauen mal rein. Oh, da fällt er raus. Okay. Denn das ist, wie es hier draufsteht, ein Portable Watch Charger oder ein Portable Charger für Apple Watch, wie auch immer. Und das ist eigentlich etwas, was man sich theoretisch auch in die Tag-Bag stecken kann. Wir sehen hier ganz normal einen Apple Watch Charger. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen erkennen. Ich mache mal die Folie ab. Ja, das ist ein Apple Watch Charger, ganz normal. Und den könnte man theoretisch so auch in jeden USB-C-Charger reinstecken. Also wahrscheinlich auch einfach hier rein. Den in die Steckdose stecken. Und schon hat man einen Apple Watch Charger für unterwegs mit dabei. Und ESA geht das hier übrigens magnetisch. Ja, das ist magnetisch. Sehr cool. Hält. Kann man dann auch nicht so schnell verlieren. Und ESA ist jetzt den Weg gegangen, um zu sagen, okay, dann nehmen wir den und man kann den hier hinten ranpappen. Und dann kann man eigentlich schon loslegen und aufladen. Und wir gucken uns das mal eben ganz kurz an. Ich gebe der Sache mal eben Strom. Und ich habe jetzt auch den originalen Stecker hier verwendet. Hier unten hat gerade die LED kurz blau geleuchtet. Ich glaube, das seht ihr jetzt nicht mehr. Dann schauen wir doch mal zuerst die Apple Watch. Funktioniert sehr gut, so wie es sein soll. Und hier das iPhone. Auch das funktioniert einwandfrei und wird sofort geladen. Wir kriegen jetzt hier keine MagSafe-Animationen oder sowas. Ja, weil es halt einfach nur ein magnetischer Charger ist. Mit der Uhr hier hinten, also ich will nicht sagen, dass es umkippt, aber der Schwerpunkt, wenn man da mal so gegenkommt, kann es halt schnell, na gut, das Kabel stützt es dann wieder ein bisschen ab, aber es wirkt so ein bisschen kippelig so. Aber es macht auf jeden Fall einen ganz guten Eindruck so auf dem Nachttisch. Mit Apples neuer Standby-Funktion, wo man ja die Sachen dann so quasi drehen kann, ist das natürlich noch cooler. Bis wir mal sehen, geht ja da vor allem um MagSafe. Ich weiß gar nicht, wie das dann bei Third-Party-Sachen ist. Ich habe ja noch keine Beta irgendwo drauf, ob das jetzt auf einem Third-Party normalen magnetischen Wireless-Charger auch funktioniert. Wenn ihr das wisst, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann haben wir hier unten noch den Bereich für die AirPods. Ich mache mal hier die Apple Watch mal ab. Dann gucken wir mal zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber sie laden auf jeden Fall. Das funktioniert gut. Das iPhone habe ich hier nicht geladen bekommen irgendwie. Dafür scheint... Oh doch, jetzt geht es. Okay, ich habe es gerade so ein bisschen rumprobiert, aber jetzt lädt auch das. Also theoretisch könnte man auch damit dann noch ein anderes Telefon aufladen oder so, wenn es jetzt nicht so einen dicken Huckel hier hat, aber es ging jetzt auch mit der Kamera vom 14 Pro. Scheint also kein Problem zu sein. Preislich liegt der jetzt gerade bei Amazon bei ungefähr 60 Euro. Ich verlinke euch das sehr gerne unten in der Beschreibung. Und wenn ihr darüber kauft, dann würdet ihr den Kanal sogar unterstützen. Ohne dass ihr mehr bezahlt, würde ich mich sehr freuen. Also vielen Dank da schon mal. Und man muss sagen, das ist jetzt ja nichts so mega Besonderes, aber dieser Charger hier kostet auch allein schon, glaube ich, 30 oder sowas. Ich kann den auch noch mal einzeln verlinken. Vielleicht sogar ein paar Euro mehr. Also wenn man nur den braucht, kann man natürlich auch den nur kaufen. Aber für ein paar Euro mehr oder für das Doppelte an Preisen in dem Fall gut. Okay, kriegt man halt auch das Komplettset. Und wenn man eh sowas noch nicht hat oder für einen Nachttisch, finde ich diese Modelle immer ein bisschen besser, weil ja, die Uhr, das iPhone, man sieht ja alles und es ist ein bisschen platzsparender als diese ausladenden Modelle immer. Ich habe auch von Belkin eins auf dem Nachttisch. Das ist halt sehr, ja, braucht halt ein bisschen mehr Platz nach rechts und nach links. Das darf man halt nicht vergessen. Aber das soll es dazu auch erstmal gewesen sein. Also cooles Ding, macht einen guten Eindruck, steht gut da. Drei Geräte, kabellos aufladen und diese Apple Watch Charger, die man zur Not auch noch mit auf Reisen nehmen könnte. Das ist eigentlich ein abgerundetes Paket und für den Preis auch echt okay. Man kriegt noch einen 20-Watt-Charger auch noch dazu. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber apropos Reisen, wir stellen das mal hier beiseite und machen hier mal so ein bisschen Platz. Denn wir haben ja noch ein zweites Paket und zwar den 3-in-1-Travel-Wireless-Charger. Auch kein richtiges MagSafe wieder, aber trotzdem ein Travel-Charger. Wir sehen schon, der macht einen recht kompakten Eindruck. Die Box ist ein bisschen mitgenommen. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, was uns hier jetzt erwartet. Das finde ich ja immer, so diese Reise-Charger und so finde ich immer sehr spannend, weil die immer auf clevere Art und Weise halt versuchen, Platz zu sparen. Und das könnte ja hier auch, zumindest laut den Bildern, auch so wieder der Fall sein. Ah, stimmt. Hier ist auch ein Case bei. Ihr seht hier, wir haben wieder unseren Apple Watch Charger. Also auch hier wieder ungefähr 30 Euro ungefähr. Für den kann man schon mal rechnen. Und hier, das sieht jetzt sehr groß aus. Wir machen mal wieder ein bisschen Platz. Und hier haben wir ein Etui. Das ist tatsächlich, habe ich ganz vergessen. Das stimmt, das ist ja dabei. Das ist ein schwarzes, so Kunstleder von ESR Etui. Ist ganz schick mit so zwei Druckknöpfen oder so Magnetknöpfen. Die halten dann auch relativ von alleine. Er sieht aus wie ein bisschen übergroßes Sonnenbrillen-Etui. Aber immerhin, so kann man den Reise-Charger wenigstens verstauen. Denn positiv, hier ist auch ein Charger dabei. Das habe ich nicht gewusst, tatsächlich. Hier haben wir das Ladegerät. Sehr klein, sehr flach. Hier haben wir ein schwarzes USB-C-Kabel. Gucken wir uns das Ladegerät gleich nochmal im Gesamten an. Und jetzt haben wir hier den Charger drin. Wie kriegen wir den jetzt raus? Ah, okay, das ist ein flacher. Auch der schick. Sieht aus wie die schwarze Variante von dem anderen. Ich gucke mal ganz kurz aufs Schild. Ja, ist die gleiche Leistung. Ist einfach nur die schwarze Variante von dem anderen. Also, hier ist auch ein Charger mit dabei. Das hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht gedacht. Obwohl, bei einem Reise-Set ist sowas ja doch ganz schön. Und hier haben wir das Ladegerät. Das sieht auf den ersten Blick aus wie so ein Wallet. Ich habe ja auch hier von ESA dieses Geo MaxfWallet. Gibt es auch ein Video zu. Das ist mit FindMy. Klar, es ist einen Ticken größer. Also das Ladegerät. Aber theoretisch gesehen. Und wahrscheinlich würde es auch. Könnte man es sogar einfach mitnehmen. Aber dafür ist es leider ein Ticken zu groß. Also das lohnt sich dann doch nicht. Genau, was haben wir hier? Wir haben also dieses Ding. Wir können das hier aufklappen. Wir haben einen USB-C-Port. Und dann haben wir so eine Hinge. Also so ein Gelenk hier. Das ist aber sehr, sehr steif. Das ist gut. Weil es hält da natürlich auch. Also da wackelt und klappert nichts. Das haben sie gut gemacht. Hier hinten auch ein AirPod-Charger. Und hier eben wieder diesen Port. Ich packe den anderen jetzt mal nicht aus. Das ist ja genau der gleiche. Ich nehme mal den. Wo wir einfach ganz easy unseren Watch-Charger aufmachen können. Sogar mit so einer kleinen Erhebung hier, dass die Watch quasi gerade liegt und hier nicht irgendwie runterfällt. Weil die ist ja so magnetisch. Ist die ja dann auch wieder nicht. Das ist ziemlich cool gelöst. Ein bisschen schade, dass es den nicht in schwarz gibt. Weil das wird natürlich ein bisschen schöner aussehen. Aber in der Theorie muss man den ja hier gar nicht nutzen, wenn man nicht möchte. Und ich würde sagen, wir probieren das jetzt mal aus. Da wir hier das gleiche Ladegerät haben und ich hier schon einmal Strom habe, nehme ich einfach mal das Ladegerät von hier. Ist ja dasselbe. So. Wir gucken mal, ob es hier irgendwo eine LED gibt. Also wegen mir muss es hier nirgends LEDs geben. Bei keinem Ladegerät. Das ist völlig okay. Ja, hier gibt es keine. Das ist schön. Das ist auch hier so eine mattierte, also eine matte. Fühlt sich halt so ein bisschen wie Leder an. Ist natürlich keins, aber hier hinten ist es so soft. Aber vorne ist es so ein bisschen, fühlt sich sehr hochwertig an. Das ist echt cool. Wir starten mal hinten mit den Airpods. Ja, die laden. Könnt ihr nochmal sehen. Super. Wir sind ja auch in dieser kleinen Schale so ein bisschen drin. Ist auch, ich würde sagen, ja, ist auch auf jeden Fall ein Ticken magnetisch. Was ziemlich gut ist. Weil so verrutscht da nichts. Das ist sehr, sehr gut. Cool mitgedacht auf jeden Fall. Dann haben wir hier die Ultra. Das ist ja mal so, das wäre jetzt theoretisch das Größte, was man hier reinmachen kann. Ob das noch so passt. Ja. Und auch die Lade. Das könnt ihr jetzt schlecht sehen, aber sie lädt auf jeden Fall. Und hier ist auch genug Platz. Also da die Airpods und die Ultra kommen sich hier nicht in die Quere. Und dann haben wir noch das iPhone. Und auch das Lade natürlich mit 20 Watt. Das hat jetzt hier alles kein Highspeed. Auch hier sind keine 15 Watt MagSafe. Und hier wird auch kein Fast Charging sein für die Uhr. Aber dennoch, und jetzt haben wir natürlich den großen Vorteil, wir können das hier zumindest ein bisschen, weil irgendwann kommen wir an die Airpods ran, können das hier so ein bisschen verstellen und haben dann die Möglichkeit, ja, sogar noch einen Film zu gucken. Oder irgendwie noch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche durch TikTok durchzuscrollen oder was auch immer. Wenn man das Ding so vor sich zu stehen hat und nebenbei lädt es halt auf. Das ist eigentlich ganz cool. Und natürlich muss man sagen, klar, dieses Case ist ein bisschen größer, aber es ist schön verpackt. Also könnte ich mir definitiv vorstellen, das auch mit zur nächsten Reise zu nehmen. Klar, sowas hier ist natürlich ein Ticken kompakter von Sense und da kann man halt nur zwei Geräte mit aufladen. Mit den Airpods der neuesten Generation kann man ja auch den Apple Watch Charger benutzen. Also theoretisch bräuchte man auch nur zwei, wenn man nur zwei Sachen gleichzeitig aufladen will. Ich kann ja mal einmal ganz kurz das hier runternehmen. Das müssen wir gleich nochmal checken. Ich glaube, daran haben sie dran gedacht, weil der Platz, ob da Platz in dem Case ist für diesen Apple Watch Charger hier, aber ich glaube schon. Aber wir können das auch so zusammenklappen oder hier jetzt auch irgendwie einen ganz anderen Winkel haben. Also sobald hier nichts mehr liegt, ist das natürlich mega easy und haben hier freie Einstellungsmöglichkeit. Klar, der hebt natürlich irgendwann ab. Das ist ganz logisch. Jetzt gucken wir mal nochmal. Jetzt quasi fahren wir aus dem Hotel wieder nach Hause und räumen mal unser ganzes da fiel wieder ein. Doch, wir hören hier unseren Charger ein. Der hat hier sehr gut Platz. Ist hier so mit sehr bisschen härteren Schaumstoff ausgekleidet. Das ist ganz cool. Dann ist hier unser 20 Watt Charger, der auch wieder reinslidet. War das so? Ja, war so. Dann haben wir hier, war glaube ich, das Kabel drin. Oder bin ich da jetzt irgendwie falsch? Oder lag das nur so daneben? Ich glaube, das lag nur so daneben, weil hier ist ja gar kein, würde ja das Kabel so gar nicht reinpassen. Ja, das lag nur so daneben und dann ist hier scheinbar noch ein Fach über. Und hier müssten wir dann wahrscheinlich unseren, ja, das passt. Das ist völlig okay. Also das geht genau rein, seht ihr. Und das Kabel, könnte man so, ich glaube, so war es sogar drin. Ich weiß es gerade gar nicht, aber ich glaube, so war es drin. Auch super. Ja, passt. Und dann geht das easy wieder zu, snappt hier einmal rein und ich habe meine kompletten vier Dinge in diesem kleinen Case hier drin. Schmeiß mir das irgendwie in den Koffer und bin good to go. Auch das super praktisch, finde ich. Und das ist aber mit dem ganzen Zubehör tatsächlich nochmal einen Ticken teurer. Kostet tatsächlich sowas um die 90 Euro. Also schon, schon teuer, klar. Das sind hier auch über 100, glaube ich, gewesen. Oder 100 glatt. Hier hat man da noch eine Tasche bei. Gut, die hat man bei Sense auch. Aber wo man wirklich alles reinbekommt, auch das, auch den Charger und so weiter. Also auch das Netzteil, das macht ja schon was aus. Und eben noch diesen Apple Watch Charger, der ja auch mit 30 Euro, 30, 35 Euro bepreist ist. Dementsprechend, sagen wir mal, wenn man den abziehen würde, denn, ich glaube, ich weiß nicht, ob man den ohne kaufen kann. Ich habe das nicht gesehen. Ist man so bei, dann, also wenn man jetzt so 80, 90 Euro rechnet, ist man so bei 60, 55 Euro. Das wäre dann schon wieder okay. Ja. Also für eine Tasche und für einen coolen Charger, der flach ist, der nicht viel Platz wegnimmt, der irgendwie drei Geräte auf einmal laden kann. Völlig in Ordnung. ESA typisch. Also gutes Produkt, einfach wieder. Ja. Ich möchte sagen, die sind ein bisschen teurer geworden in allen Sachen. Aber gut, es wird auch alles immer teurer. Dementsprechend sind die auch davon vielleicht nicht verschont geblieben. Nichtsdestotrotz, zwei sehr coole Geräte. Ich mag den Travel Charger. Definitiv einen Ticken mehr als den. Der ist super. Aber es gibt halt echt viele Desktop-Stands irgendwie, wo man sein iPhone dran laden kann. Deswegen finde ich solche Lösungen hier immer ein bisschen interessanter. Und machen wir mal ein bisschen mehr Spaß zu entdecken, wie verschiedene Hersteller das so lösen, das Ding halt gut auf einer Reise und platzsparend auf einer Reise laden zu können. Dementsprechend beides eine Empfehlung, aber das hier ein bisschen die größere, weil den kann man natürlich auch zu Hause benutzen. Den muss man ja nicht nur auf Reisen nehmen. Deswegen schaut euch das gerne mal an. Auch der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Auch mit einem Affiliate-Link, dann würdet ihr den Kanal auch damit unterstützen. So. Das soll es für heute gewesen sein. Ich mache mich bald ans andere Video ran, was eigentlich hätte heute kommen sollen. Schreibt mir Fragen oder Kommentare dazu gerne in die Kommentarsektion. Dann danke ich euch fürs Zusehen und wir sehen uns ganz bald beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.